Na schön, weiter geht's. Wer erwartet uns? Ah, jetzt gibt's Jutsits. Bitte, General, kommen Sie näher. Aber passen Sie auf, wo Sie hintreten. Sie haben keine Chance, General. Fliehen Sie, bevor Sie sich verletzen. Das wird jetzt interessant. Ich kenn den nämlich überhaupt nicht. Ups. Ich glaube, deswegen wurde er rausgeschnitten. Ich glaube, deswegen wurde er entfernt. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gegen dich einsetzen soll. Ich kenn die Karte überhaupt nicht. Das hier spiele ich blind. Absolut blind. Der Infanterie-General ist jetzt übrigens auch dabei. Das macht das Ganze auf jeden Fall interessant. Das Lustige ist, die gab's nämlich ursprünglich, Infanterie-General in Jutsits. Sie wurden bloß wieder entfernt. Und ich glaube, das war wegen dieser Zivilisten-Szene da. Weil da USK und FSK wahrscheinlich rumgeheult haben. Das wird jetzt interessant, auf jeden Fall. Ich brauch schnell ein Radar. Ich weiß nicht. Wo sind Sie denn eine Kaserne, General? Vielleicht als Voraussetzung für andere Gebäude, du Eumel. In diesem Tal werden Sie fallen, werter General. Ach, komm, seid doch ruhig. Das ist die Justizvollzugsbehörde. Wir gehen auf den Weg. Hm. Hier sind wir. Oh Gott, ich... Ich hab gar keine Übersicht. Wo wollen wir verteidigen? Das ist eine Art Bunker, oder? Gefällt mir. Haben. Wir setzen ja, glaube ich, keine Lufteinheiten ein, oder? Ich kann es mir... Der einzige GBA-General der Lufteinheiten einsetzt, ist, glaube ich... Waffenfabriken bauen Fahrzeuge, die dann, meine ich... Heiliger! Heiliger! Was zum Teufel? Was war denn das jetzt? Ich muss einfach mal blind bauen. Ich weiß nicht, womit der kommt. Ich weiß nicht, ich bin ja einfach komplett blind. Moderne Brennstäbe verfügbar. Strategie! Aufklärungsdrohne, bitte. Diesen Knopf auch sprengen könnte? Pff, 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 pff. Bitte was? Oh Mann, wie cool. Das erinnert mich jetzt gerade an... Was ist, wenn meine Waffen jetzt Waffen schießen könnten? Ah, ja. Hm. Aufklärungsdrohne ist, glaube ich, lebenswichtig. Lebenswichtig. Ja. Verschanzen Sie sich, General. Hoffentlich ist das Gebäude nicht vermint. Bitte, was, was, was? Moment mal. Machine Gun Bunke. Hm, okay. Gut, dann kommt ein Ranger rein. Reicht aus. Gut, dann geht ihr da hinten hin. Ich will was in die Luft sprengen, ja? Und hier drin sind die Ersten, Sir. Du nimmst mal den Böhlturm, Mist. Oh, fuck. Arsch. Okay. Okay. Gut, der Sprecher hört sich leicht unmotiviert an, aber hey, dafür, dass man noch überhaupt nicht kennt, dass es ein Generalsdienst nie gab, eigentlich interessant auf jeden Fall. Ja, hau ab. Hau ab. Geh weg. Ich meinte nicht den Bunger. Jawohl, Sir. Toll, das ist vermint. Scheiße, das Ding ist vermint. Ah, ja, ich spiel grad blind, deswegen werden wir auch bestimmt noch einen weiteren Anlauf brauchen und mir fällt grad ein, dass ich vergessen habe. Komplett vergessen habe. Oh nein. Nur Zeit, dass meine Ranger zeigen, wie gut sie sind. Oh, fuck. Einheit verloren. Ja, super. Wir haben noch viel mehr Sprengstoff, General. Oh, oh. Ich muss mal ganz kurz weg. Hm. Bitte einnehmen, bitte halten. Ich hab so dieses miese Gefühl, dass das Ding ja auch vermint ist. Ihre Einheiten tappen in meine Fallen. Bald sind sie alle geschickt. Ja, leck mich doch. Machen wir sie fertig. Alter, Walter hat der Sprengfallen, ey. Was gibt's zu tun? Ich glaub, ich brauch hauptsächlich Bradleys, oder? Ja, klar. Was wollen Sie mit dieser Artillerie-Stellung? Ähm, Artillerie machen. Also, bumm und so. Fragensteller Typ, Fragensteller Typ. Leck mich am Arsch. Bunker hält wenigstens mal kurz ein bisschen was ab. Ich möchte jetzt hier eine Verteidigungsstellung aufbauen. Am besten hier oben auf dem Hügel. Hm, Panzer bräuchten wir aber trotzdem. Und dann brauch ich schnell hier Stellungen. Hm. Aber ganz so kaputt bin ich noch gar nicht. Könnte schlimmer sein. Natürlich ist das Ding vermieden, war ja klar. Hier ist alles vermieden, ey. Ich glaub wahrscheinlich, die Minen sind schon vermieden. Bei dem Typen. Applaus. Und auch nicht. Komm. Mimimimi mi Mimimimi Oh oh Einheit verloren Was zum Teufel Kannst du hier auch Zähl auf der Mienen räumen Ich hoffe Hoffentlich schießt du nicht nur mit heißer Luft Reiter siehst du Brauch nicht mehr von den Leuten. Ich brauch mehr Bulldozer, merke ich gerade. Ja, Tatsache, räumt er. Ja, nö. Erobern Sie den Bohrturm ruhig, General. Ich wollte ihn ohnehin zerstören. Nein, ich hab wieder Akaten. Hase nicht. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich. Nicht schon. Wieder Raketen. Raketenbuggy sind genauso schlimm. Die haben ja gleiche Reichweite. Aber gut, die machen wenigstens nicht so ratzefatz alle meine Einheiten kaputt. Demo-Tweb. Demo-Tweb. Zum Glück überleben es die Kisten. Die Schleuder ist nur ein bisschen weg. Ansonsten sind sie noch gut. Die kann man noch essen. Kommt mal ein bisschen weiter hinter. Okay, okay, okay. Es sieht doch nicht mal so schlimm aus. Also... Das sollten Sie. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Sprengstoff. Hier gibt's keine Bumschütze in diesem Spiel. Geschütze. Geschütze hat keinen Bock mehr. Habt's gehört. Das ist voll geschnauft jetzt. Moderne Brennstäbe verfügbar. Bitte gar nicht ein Stellen. Genau gegen die Raketenbuggy. Stimmt. Gut. Alles aufsammeln, bitte. Alles aufsammeln. Ich brauch das Geld. Ich bin jung. Ich bin jung. Neues Bauprojekt? Hört sich gut an. Das wird schon. Panzerabteilung bereit. Ähm, da kommt er eigentlich fast in die Richtung. Die Richtung ist zu viel. Wahrscheinlich hat er irgendwo da unten seine Basis, ja. Während wir uns unterhalten, platzieren meine Agenten in ihrem Stützpunkt Sprengsätze. Wir sind unterwegs. Na, wunderbar. Es fehlt bloß noch, dass es tatsächlich geht. Aber ich glaube mal, das war jetzt einfach so eine typische leere Phrase. Ach, fick dich doch. Nö, nö, alles tut weh. Aufhören. Aufhören. Mich doch, leck mich doch. Warum muss hier alles in die Luft fliegen? Ich will nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Hm. Ich konnte es Ihnen hier nicht einnehmen. Ich würde sagen, ich lade bei diesem einen Punkt hier nochmal. Zum Glück haben wir da gespeichert. Das ist ziemlich ruhig da draußen, General. Da war nämlich noch nicht so viel verloren. Oh ja. Hätte ich fast erraten. Fast. Ich war ganz gut zuvor. Das reicht. So. Gibt es noch hier einen. Sie sind ein Glückspilz, General. Aber irgendwann tappen auch Sie in die Falle. Jetzt gab es mal wieder dieses typische Ich lade. Und deswegen geht wieder alles anders als vorher. Ich hasse es. Ich habe einen Punkt, ma'am. Ich gehe jetzt. Ich kann losgehen. Ich gehe an die Arbeit. Ja. So, das ist die, wenn man so platziert. Ist da auch noch ein Schwarzenegger drin, oder? Ihr sollt eigentlich nur verteid... Ihr sollt nicht die... Einheit verloren. Während wir uns unterhalten, platzieren meine Agenten in ihrem Stützpunkt Sprengsätze. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Und keine Haupt- und Nebensätze, oder was? Da, da, da. Boom. Deinem Schuss. Gut, gut, gut. So läuft das schon besser. Oh, 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 oh. Nein. 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 Neues Bauprojekt. Mäden. Werden unterwegs. Hm. Klar, da können wir noch dann arbeiten, aber im Grunde läuft. Beide arbeiten. Habt ihr Abteilung bereit? Nähern uns Zielgebiet. Voilà. Das wird schon. So. Bräuchten wir tatsächlich wahrscheinlich noch so ein MG-Geschütz. Das könnte ja auch noch sehr nützlich sein. Komm, dann blöcke ich einfach mal den gesamten Weg hier. Ähm. Wir haben ja bestimmt noch Aufklärungszone irgendwo. Komm, die geht mal da rüber und guckt mal ein bisschen. Nur das? Okay. Nehme ich euch mal beim Wort. Na gut, dann räum ich eben die Mieten. Na, weh, 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 weh. Need a point, ma'am? Alter, was passiert hier? Sie ständig irgendwas in die Luft fliegen? Oh, mein Junge. So, jetzt könnte ich... Das würde ich auch nötig haben. Hm, ich glaube, einmal muss ich den jetzt ertragen. Sei nicht, ich kriege schnell genug jetzt noch weitere. Was bist denn du für ein Skatsturm? Oh, scheiße. Den Skatsturm ist ja stärker. Der ist ja explosiv. Rein explosiv. Fuck. Oh Gott, ich muss das Ding auf jeden Fall aufhalten. Ach du Scheiße. Ach du. Ach du Heiliger. Was zum Teufel? Boah. Shit. Nein. Weg. Andererseits. Irgendwie muss ich hier an. Nächsten Angriff, General. Komm, bitte mal. Boah, mein Dueldozer zurück. Wir werden viel Spaß haben. Es gibt ein paar Einheiten, die meine Sprengtrupps orten können. Aber, wissen Sie auch welche? Na ja, zum Glück schon. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Wäre ziemlich blöd, wenn ich das nicht wüsste. Das wird schon. Ich muss mich mal ein bisschen viel verstreuter aufbauen. Ich habe hier Bauplatz, das muss ich ausnutzen. Und außerdem... So, jetzt das Gerüst. Der setzt doch... Ich habe jetzt nahezu keine Luftabwehreinheiten gesehen. Fällt mir gerade auf. Stimmt. Drei. Das wird nicht reichen für den Skatsturm. Moderne Brennstäbe verfügbar. Eine Beförderung bräuchte ich noch. Reicht die aus? Ich warte jetzt nicht. Da hat er ja mit seinen blöden Sprengfallen. Aber es geht tatsächlich noch irgendwie. Tolles Argument, oder? Mehr Geld. Das machen wir doch die ganze Zeit schon. Jung, jung, jung. So, dann werde ich einfach an der Stelle hier Patrouille fliegen. Weil da unten kommt sowieso kaum was Bedrohliches, wie ich es mitgekriegt habe. Gut, Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber... Habe ich eigentlich schon... Nee, habe ich gar nicht. Warum habe ich die Nachschubwege noch nicht erforscht? Ich dachte, die hätte ich schon längst. So, hier bitte patrouillieren. Und beten, dass es funktioniert. Mit Notfall muss ich einen Skatsturm ertragen. Und ich glaube, das Ding tut weh. Das Ding tut richtig weh. Also, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber... Mir wurde gesagt, dass das Ding weh tut. Ich glaube gerne an das, was mir gesagt wird. Kommt der mal bitte wieder mit Einheiten? Ich brauche eine Beförderung. Schlapper, schlapper, schlapper. Wo ist denn mein Bulldozer eigentlich hin? Ich glaube, ich brauche einen neuen. Brauchen wir da einen neuen Bulldozer. Ach, du heiliges Puff. Ähm... Ähm... Hau... ... Das schönste Hightech-Gebäude. Shit. Arsch. Da flucht er. Verdammter Arsch. Genau, komm näher. Danke, mächtiger Gott im Himmel. Bitte was? Das war überfreundlich. Oh, ich glaube, das ist ein Flaggpanzer, oder? Schlecht. Die wollen, glaube ich, auch immer in die Flugzeuge ran. Ja, jetzt kommt gleich der wunderbare Skatsch-Sturm und sagt mal hallo. Oh, nö. Ey, Alter. Euer Ernst? Nein, lasst meine Flugzeuge bitte. So wird's ein Thema auch hier. Alles läuft. Alter. Alter. Warnung, Skatsch-Sturm abgefeuert. Nein. Es lief doch zeitlich. Ganz gut. Ihre Waffenfabrik wurde zerstört. Den möchte ich mir jetzt mal angucken. Alter, das Zeug macht Schaden. Ihre Kasein wird zerstört. Hoffentlich war niemand drin. Na, kommt. Wir müssen laden. Hm. Sprengstoff-Experte? Sie wünschen? Hihihi. Hobbits sind. Hobbits sind. La, 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 la. Was gibt's? Web da, web da. Tö, 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 tö. Patrouliere. Das Ding krieg ich noch nicht kaputt. Noch was? Ich muss es versuchen. Vielleicht reicht es. Ich glaub nicht, dass es reicht. Select Target. Alles klar. Ich bin selbst heftig. Na komm. Wunder, 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 wunder. Junge. Auch wenn's nicht reicht, dass Megaset... Nein, nein, nein. Genau. Wenigstens so. Schwerer Panzer, alles klar. Wie der Typ aber auch mehr Reichweite hat, als ich mit meiner Kanone hier. Moderne Brennstäbe verfügbar. Das wird, glaub ich, nicht reichen. Nee, leider nicht. Rom. Mensch, dann bin ich ja glücklich. Alter, was zum Teufel? Du hast nur da hinten drauf. Solange der mir hier unten nicht einfällt, soll mir das Recht sein, dass er mir mit dem Skatsch noch mal alles zerschießt. Aber beides gleichzeitig ist mir zu viel. So, speichern wir noch mal. Weil das läuft jetzt auf jeden Fall wieder besser. Und ja, ich weiß, wohin er schießt. Was zerstört er mir dann? Das zerstört mir das Strategiezentrum. Guck mal, wir machen auf jeden Fall noch mal ein weiteres Teil hier. Energie ist nie verkehrt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Es tut so weh. Ach, kaputt. Ich bin der Sprengmeister, General. Sie haben keine Chance gegen mich. Leck mich am Arsch. Einheit verloren. Bitte beeil dich, Bulldozer. Wo du zerstört wirst. Beeil dich, bevor du zerstört wirst. Warnung, Skatsch-Sturm abgefeuert. Nein! Ja, hier macht es jetzt Großbromen. Ich kann gar nicht hingucken. Hoffentlich war niemand drin. Will jemand mit? Legen wir los! Hm. Ah, boah. Zuerst ist alles ruhig. Dann... Bumm! Ach, ist das nicht herrlich, General? Junge, Junge. Der muss aber heftig gekommen sein. Okay, machen wir mal die Strategiezentrum ein bisschen weiter weg. Grundsätzlich brauchen wir auch mal ein bisschen weiter... bessere Absicherung hier so im Hinterland. Weil hier kommen mir zu oft einfach diese blöden... Hier kommen mir einfach zu oft diese blöden Motorräder durch. Dagegen sind normale Panzer, glaube ich, noch mit am besten. Tja. Das Problem ist, ich habe immer noch keine Superwaffe und... Das Ding ist immer noch beschädigt, da hat es nicht repariert. Das heißt, beim nächsten Mal kriege ich das Teil sogar. Okay, dann ist gut. Na, selbst schuld ist, ey. Das Ding ist ja repariert. Komm, dann machen wir noch mal ein paar mehr von denen, weil das scheint gut hinzuhauen. Nutze ich euch nämlich auch. Junge, werde ich... Die Hoppitsen mag ich schon sehr. Das reicht das oftmals nicht. Nicht durchfliegen. Junge. Dann mach wenigstens das Ding kaputt. Das sind meine Ressourcen, General. Suchen Sie sich selbst welche. Nee. Alter. Gib auf die. Oh, oh. Lauf. Fahr. Sonst irgendwas. Aber Hauptsache weg. Du. Du. Unser. Kaputt machen. Wie fachst du denn das? Restlich zerstören, bitte. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Fuuuuk. Das schöne Hightech-Gebäude. Schade um die Artillerie, aber soll mir recht sein noch. So, das Ding ist auch kaputt. Hier halte ich vielleicht noch ein bisschen Stand. Nee. Komm, das schaffen wir mit den Paraketen. Nein. Ich brauche mehr Bulldozer, weil wir dazu neu aufbauen. An sich müsste ich vieles... Ach da, ich wollte schon sagen. Ihr habt doch irgendwo wieder... Komm, mach mal hier jetzt mal endlich... Auch super Waffen. Das Gerüst. Nein. Nicht meine Waffenfabrik. Und Verschämtheit. Das kann so nicht weitergehen, General. Ich muss meine Waffenfabrik gar nicht zerstört. Jung. Augen auf. Beim Eierkauf. Ja, Herr, Herr. Wartenwarten. Zuerst, Herr, Herr. Ähm. Zack. Paketenabwehr. Dann baut er es gleich wieder neu. Grundsätzlich mal gucken, was er so hat. Ach, da oben ist auch eine Basis. Hm. Hätte ich fast gerne die Mammutpanzer mitgenommen. Oh gut, so müsste es auch reichen. Clustermissal. Ihr patrouilliert weiter schön hier. Und zwar so schön außerhalb der feindlichen Raketen. Und du patrouillierst mir noch hier. So, meine Bulldozer. Machen hier oben noch Spaß. Und dann hier noch. Mir fehlt echt noch irgendeine Art Artillerie zur Verteidigung. Aber gut, die Flugzeuge sind eigentlich auch schon ganz gut. Mit den Täuschkörpern bleiben wir länger in der Luft. Oh, yeah. Drücken nochmal. Bump ich dich eben einfach kaputt. Ich hasse es, wenn ich das sehe. Du da. Nein. Oh, oh. Beilt euch. Wart weg. Weil ich glaube, ihr kommt gleich runter. Ich glaube, das geht auf euch. Dann baue ich euch. Irgendjemand muss ich es schaffen. Ein bisschen wegfahren. Einheit verloren. Oh fuck, das ging da hin. Kommt schon. Einheit verloren. Das ist echt, ich hole mir die Raketenschützen hier raus. Fuck, kommt euch das Zeug an. Fürchten Sie meinen nächsten Angriff, General? Das sollten Sie. Boah, ey. Ja, das überfangen geht anscheinend doch noch. Und wir kommen zuvor, als wäre da vielleicht noch ein kleines bisschen so etwas an der Schwachstelle. Thema Infanterie. Damit erreiche ich noch relativ viel. Endlich fertig. Ich möchte dich mit so einer Kombination. Aber gut, dann setze ich mal hier die B-52 für was anderes ein. Hm. Möchte ich zuerst seine... Am besten wäre es eigentlich fast, ich mache seine nördliche Basis kaputt zuerst. Die wird dementsprechend noch vorgeschwächt. Select Target. Hm. Select Target. Im Grunde müsste das hier reichen. Select Target. clank. Schnapp. Sprengfahren sind eine spezielle Sache, General. Schlebt in der Zwecke. Und hier sind sie bezüglich nachher. Einheit verloren. Leak mich am Arsch. Was ist denn hier schon wieder los? Ja. There they are. We go. Here we go. My sight. Here we are. Nee, hat nicht gereicht. Gut, dann muss meine Clustermesser nachhelfen. Da habe ich die Flugzeuge noch. Im Grunde sind die Flugzeuge sowieso ein Segen fällt mir auf. Ich bräuchte mehr. Dann habe ich ein Flugfeld für südlich und ein Fleckfeld. Ein Flugfeld für Norden. Machen wir es so. Im Grunde kann ich echt mal bald mit einer reinen Infanterie-Wash probieren. Klar, wenn so eine fette Rakete reinkommt, wird das problematisch, aber ansonsten dürfte ich da ziemlich viel damit erreichen können. Gut, mir fehlen noch Aufklärer irgendwie. Sowas wie Scharfschützen kann ich auch nicht bauen. Lass dich glatt ein paar Drohnen mitschicken, kannst du? Es wird schon.